Ihr habt Interesse an diesem oder anderen günstigen Spielen? Schaut mit dem Link in der Videobeschreibung bei Gamesplanet vorbei. Oh, wir haben auch was Geiles in Berlin gesehen und zwar eine Trabi-Limousine. Das sah richtig geil aus. Gibt es sowas? Warte mal. Let's be have a Google. Äh, Trabi-Limousine. Da. Ja. Äh, sowas. Das ist so geil. Das ist so geil, Mann. Guckt euch das mal an. Das sieht so geil aus. Und das funktioniert. So. Okay. Juhet. Oh. Sehr gut. Wasser weg, Straussi. Okay. Sehr, 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 sehr gut. Das gefällt mir. Meine Spinne kann nicht rein, weil sie kein Netz hat. Tja, das ist nicht gut. Ah, okay. Er hat die ersten Sachen rüber geschoben. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich das weitermachen soll. Ähm. Weil er hat jetzt ein paar Giggis rübergezogen, aber nicht alles. Warte mal. Äh. Warte mal, warte mal, warte mal. Ach du Scheiße. Ist ja nichts frei. Doch, jetzt. Ne. Irgendwie. Alter, was macht der denn? Ist irgendwie der Cash zu oder so? Warte mal. Ah, ich kann so nicht arbeiten, Mann. Okay. Äh. Ach du Scheiße. So. Ah, wir sind noch eine Minute zu früh. Das heißt, die warte ich mal gerade noch und gucke, dass ich hier meine Sachen kopiert kriege. Weil ich habe keine Ahnung, was fehlt. Äh. Das nervt so. Ähm. Das ist kacke. Das ist echt kacke. Wartet mal. Ähm. Guck mal, wie viel der frei machen kann. Mach mal Systemdateien dazu. Komm, mach mal hinne hier. Äh. Ich habe das gleich. Ach so. Erzähl mal mehr von deinem Lapti. Ja gut. Ich habe den gerade eben schon mal reingehalten. Ich will das jetzt nicht nochmal reinhalten. Aber das ist halt eben fett. Äh. So. Äh. Warte mal. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Äh. Okay. Ja. Mach mal frei. So. Kannst du auch eine andere Map spielen? Sobald das mit dem rüberkopieren und alles funktioniert hat, starte ich oben sie neu und dann können wir eine andere Map spielen. Gerne. Gerne, gerne, gerne. Aber ich fahre die Route noch zu ändern und alles. Ich komme gleich zurück zu euch. Das ist gerade kritisch, weil ich mich wieder nicht gut vorbereitet habe. Das ist wieder typisch. Herzlich willkommen bei Juvies TV Gaming. Okay. Das ist nicht viel, was frei ist. Was ist denn los? Jetzt fahre ich aber alle Waffen aus. Es tut mir leid, Leute. Ich habe es jetzt gleich. Ich habe es jetzt gleich wirklich. Oh Mann, ist das peinlich. Ich habe keine Ahnung, was mein Rechner jetzt so zu geschissen hat. Aber das ist nicht gut. So. Gucken wir doch mal. Können wir weiterfahren? Ja, pass auf. Dann fahre ich mal gerade eine Runde weiter. So. Jetzt wird er hier. Ah! Der Spaß. Nein! Nichts beenden. Okay. Naja. Viel kann er nicht entfernen. Jetzt ist wieder die Scheißfrage, was mein Rechner so zumüllt. Schlimm. Ganz, 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 ganz schlimm. Und ich sehe euch gerade nicht. Ich sehe keine Kommentare von euch. Moment. Ich muss das hier mal alles fixen. Es tut mir so leid. So ein Nerv. Okay. Ich mache übrigens gleich noch Regen an. Da habe ich jetzt gerade irgendwie Lust zu. So. Wartet mal. Pass auf. Ich starte gerade mal den Cleaner. Ja, ja, ja. Ja. Schnauze. Okay. Jetzt kann ich ja wieder sehen. So. Ach so. Jetzt steigen die gerade nicht ein. Ah, das nervt. Das nervt richtig sowas. Ich finde das richtig nervig. Nein! Hör auf, Opera zu schließen. So. Weil, äh, das ist nicht gut. Ah! 1,45 Gigis. Da geht es doch langsam wieder rauf. Fertig? Ah, das ist aber immer noch nicht genug. Ich wette, dass nämlich dann irgendwas fehlt, wenn ich jetzt reingehe. Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Nicht gut. Nicht, gar nicht gut. Eigentlich gar nicht gut. Hm, hm, hm. Hm. Auch keine gute Idee. Ähm. So. Gucken wir doch mal. Ach so. Ich habe die Leute noch gar nicht reingelassen. Hups. Sehr schlecht. Hallo. Okay. Oh, Mann, ey. Warum kann man so eine Scheiße nicht einfach kopieren und dann ist gut? So ein Nerv. Okay. Trink, trink. So, da will Tatsache einer raus. Wie kann er es nur wagen? So. Brems, 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 brems. Okay. Sehr schön. Hallo. Guten Tag. Äh. Ich verstehe es nicht. Ich überlege gerade. Hat einer eine gute Idee, diese Dateien jetzt zu kopieren, ohne dass mir die Festplatte wieder komplett voll läuft? Das nervt nämlich richtig. Warte mal. Wenn ich das hier mal zumache und alles, dann müsste doch jetzt eigentlich die Festplatte frei werden. Das lässt mir jetzt gerade echt keine Ruhe. Guck dir das mal an. RAM-Disk-Image. Willst du mich verarschen? Temp. Ähm. Ja. Okay. So, pass auf. Wir gucken gleich mal. Vielleicht kopiere ich dann irgendwie nur die Maps rüber und die Spline-Objects und das wird eh alles schief gehen. Deswegen, yay. So. Ich habe auch keine Ahnung, warum benutzt... Warte mal. Wenn ich mal gerade in Windows RR so reingehe, da müsste ich doch eigentlich unter den Optionen sagen können, dass er eine andere Festplatte als Auslagerdatei nehmen soll, oder? Verzeichnis für... Aha. So. Und jetzt sagen wir mal hier, sagen wir mal hier für Dingens, für temporäre Dateien, sage ich jetzt, ich hätte dies gerne auf meiner Festplatte M, weil das mein Archiv ist. Und dann sage ich R-R-R-A-R-A-R-Temp. So. Okay. Ja, haha, das bedeutet ja jetzt, wenn ich das jetzt so... Ich habe es jetzt gleich. Ich bin jetzt gleich bei euch. So, jetzt öffnet der gerade mal wieder die 24 Gigabyte große Datei. Und dann kopiere ich die gleich nochmal und dann sollte alles funktionieren. Wir fahren. Ganz schnell. So. Ich habe es gleich. Wir wechseln auch gleich den Web und alles. Keine Sorge, das kommt heute noch. Irgendwann. Es tut mir so leid, Leute, dass ich wieder so unvorbereitet bin. Wir haben auch schon 20 Zuschauer verloren. Ich... Blöd. Na ja. So. Falkenseer... Oh, du Wichser! Guck mal, da zieht der da noch rein, der Sack. Oh, wie kann man nur so ein Saftsack sein? Okay. Hallo? Ah, er lädt immer noch. Ihr Saftsäcke, ey. Kann man nur so scheiße Auto fahren? Das ist unglaublich. Okay. Sehr gut. Everything is awesome. Nächster Halt. Märziger Straße. Okay. Brems, 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 Brems. Ah, ich bremse immer viel zu spät. Obwohl, das haben die in Berlin auch gemacht. Warum beschweren die sich dann? Das ist doch voll unmöglich. Er hat es immer noch nicht geöffnet. Eine Million Dateien. Ach nee, 194.000 Dateien. Hm. Ach, 1,8 Minuten zu früh. Da kann ich ja mal mit euch sprechen. Ja, wie gesagt, ich unterbreche hier immer wieder und gehe rüber auf meinen zweiten Monitor, damit ich euch gleich eine andere Map bieten kann. Deswegen bleibt hier. Es wird gleich besser, hoffentlich. Ich versuche es zu versprechen. Ich kann es aber nicht versprechen. Ich kann mich hier nicht konzentrieren. Hat er geladen? Ich glaube, er ist durch. Nee, immer noch nicht. Okay, dann stellen wir mal eine Minute vor und fahren weiter. Eine Minute. Will noch einer rein? Nein. Sehr schön. Speck die Weg. Dann waren wir doch heute schon mal, oder? Nee. Okay. Doch nicht. Ich habe ja keine Ahnung. So, jetzt hört doch mal auf mit dem X10, Alter. Und meine Fresse. Ich muss erst mal gucken, ob das dabei ist. Das nervt langsam im Stream. Hört bitte auf zu fragen. Ich ignoriere das schon aus einem guten Grund. Mann, manchmal ist das anstrengend. So. Ah, ist fertig. 24 Gigabyte Dateien einlesen. Da ist die. Ja, ist das Verzeichnis. Okay, pass auf. Dann sage ich jetzt. Wow. Er hat sich gerade komplett abgeschossen. Ich kann so nicht arbeiten. Moment. Es tut mir so leid, Leute. Es sollte so schön heute laufen. Und das ist, was mache ich wieder draus? Ich mache wieder alles kaputt. Ich weiß. So, wir laden die Datei nochmal neu. Was ist dein Lieblingsbus? Ich fahre ja mit dem Mercedes ganz gerne. Ich weiß nicht welcher. Mit diesem, mit dem Mercedes-Benz Doppelgelenker Bus, mit dem ich sonst auch immer fahre. Mit dem fahre ich immer total gerne. Warte mal gerade. Oh, er hat schon geöffnet. So. Das hier. Dieses ganze RAR-Verzeichnis möchte ich gerne hier reinkopieren. So. Ja. Ach, das kann man gar nicht sehen. Er ist jetzt schon bei einer halben Stunde. Obwohl es geht. 13 Minuten. 14 Minuten. Ja, mal gucken, wie lange er braucht. Okay, das läuft. Das läuft. Das läuft. Das heißt, das temporäre Verzeichnis hier müsste jetzt soweit wieder frei geworden sein und dürfte nicht zulaufen, sondern dafür müsste das M-Verzeichnis vorlaufen, wo über 500 Gigabyte frei sind. Yay! Computer, meine Damen und Herren. Und ich will das studieren. Zitaro G, ganz genau. Und ich will Computer studieren. Haha, das wird noch lustig. Wenn ihr irgendwo arbeitet und ihr lest IT-Techniker Felix, dann würde ich laufen. Weil euer Computer ist in großer Gefahr. So. Wo ist mein Eistee? Nicht Eistee. Dings hier. Energy Drink, meinte ich. Okay. Ah, jetzt kann ich eigentlich vernünftig arbeiten. Haha. In Richtung Ruhe leben. Wir müssen doch gleich... Das ist rot, das ist rot, das ist rot, das ist rot, das ist rot. Okay. Ach du Scheiße. Eine Stunde acht geht aber relativ schnell runter. Wow. Okay. So. Ach ja. Wir müssten doch auf der Ruhe leben Linie, müssten wir doch unbedingt, ähm... Spandau. Rathaus Spandau vorbeikommen, ne? Ja, ja. Sag mal das mal rein. Wie alt bist du? 18. Du Spast, Robert! Da! Meine Supporter sind zu schnell. Okay. Hast du das Gladback Add-on? Ich gebe doch für Schwachsinn kein Geld aus. Habe ich nicht den Bus-Simulator 2016? Egal. So. Grün! Grün! Boom! Wer hat's alles gesehen? Wer hat's alles gesehen? Wer weiß, wovon ich spreche? Na? 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 Okay. Ach ja. Äh... So. Gut. Kodierung überlastet. Erwägen Sie Ihre Video-Einstellung zu verringern oder benutzen Sie eine... Eine schnellere Enkoder-Voreinstellung. Was? Das wäre jetzt aber gar nicht geil. Gut. Es könnte daran liegen, dass die CPU momentan so leicht ausgelastet ist. Warte mal. Gucken wir doch mal rein. Ja. Puh. Ich mein... Ja. Hm. Scheißen Trick.